Was bedeutet Triggert? Das Triggert-Meme verbreitet sich immer weiter. Mittlerweile ist es weltweit eines der bekanntesten Memes. Es ist in vielen sozialen Netzwerken verbreitet, besonders auf YouTube. Aber was bedeutet es? Triggern ist Englisch und heißt auf Deutsch so viel wie Auslösen. Das Meme bezieht sich darauf, dass bestimmte Emotionen in dem getriggerten Menschen ausgelöst werden. Beispiele dafür sind Wut, Trauer oder Panik. Die Entstehung. In den frühen 2000er Jahren wurde das Wort Triggern als eine Art Spoiler-Warnung verwendet. Mit der Zeit wurde die Bedeutung dieser Warnung immer harmloser, da sie eindeutig zu oft verwendet wurde. Im Juli 2016 wurde die Triggert-Warnung dann durch einen Hype endgültig zum Meme. In diesem Zeitraum tauchte das Wort Triggert erstmals in der Form auf, in der wir es heute kennen. Wie immer hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Viel Spaß auf YouTube noch und ciao mit V. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.